Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Phasmophobia Update Video. Ein neuer Tag, ein neuer Patch. So gab es gestern für den Beta-Client wieder einen Patch, der einige Änderungen sowie Fehlerbehebungen mit sich bringt. Der Angleich von der Beta-Version auf die normale Version bleibt noch aus. Wir müssen daher leider noch etwas geduldig sein, aber jetzt beschäftigen wir uns erstmal mit dem Patch. Viel Spaß! Beginnen wir mit den Fehlerbehebungen. Der erste Punkt spricht nun offiziell von einem Fix des Problems mit der verkürzten Handdauer. So soll die Handphase nun die volle Zeit betragen. Ich muss das gleiche leider etwas wieder dämpfen, denn gestern im Livestream hatten wir nach dem Patch leider immer noch das Problem. Gefühlt etwas seltener, aber nach wie vor da. Daher leider nur ein potenzieller Fix. Hier wurde ein Fehler behoben, bei dem das volumetrische Licht der starken Taschenlampe nicht dem der Schulterlampe entsprach. Die tägliche Aufgabe überlebe einen Hand wurde abgeschlossen, auch wenn keine Handphase startete. Dieser Fehler wurde mit dem Patch behoben. Und zu guter Letzt wurde ein Fehler behoben, bei dem die Radios im Haus nicht eingeschaltet werden konnten. Hierzu noch eine kleine Bemerkung. So war es nämlich tatsächlich so, dass die Radios eingeschaltet wurden, man es nur nicht hören konnte. Dies konnte man mit den Audiosensoren sowie dem Parabol-Mikrofon nämlich nachmessen. Außerdem bringt dieser Patch gleich vier Änderungen mit sich. Für mich die beste Änderung gleich zu Beginn. So wurde das Spawnverhalten der Geister-Obs noch mal leicht überarbeitet. So soll es nun nicht mehr möglich sein, dass Geister-Obs an der Decke oder am Boden spawnen, was seine Identifizierung noch mal stark vereinfacht. EMF-Geräte drehen nun leicht durch bei der Handphase. So geben diese nun zufällige Werte durch und können damit bestenfalls als Weihnachtsdekoration dienen. Dieses Verhalten soll den Taschenlampen während der Handphasen gleichen. Hier dazu noch ein kleiner Clip aus dem gestrigen Livestream. Wir sind übrigens täglich ab 19 Uhr live bei uns auf dem YouTube-Kanal. Wir spielen regelmäßig Phasmophobia mit der Community. Schaut gerne mal rein, seid mit dabei. Wir freuen uns. Eine Änderung, welche die gestrige dazu gleich wieder quasi revidiert. So ist es nämlich nun so, dass der Beweis Fußabdruck bzw. Schritte nun nur noch möglich ist, wenn der Geist durch das Salz läuft. Die Änderung gestern dazu, dass dies nun auch während des Hands möglich ist, hat mich tatsächlich etwas verwundert. So finde ich es wesentlich schöner, wesentlich angenehmer gelöst. Außerdem wurde das Licht auf Asylum wieder etwas angepasst, um den Spielern mehr FPS zu ermöglichen. Gab es hierzu wirklich bei einigen Probleme, die dann wirklich mit wenig FPS zu kämpfen hatten? Lasst uns gerne in den Kommentaren wissen, wenn ihr davon betroffen wart. Wie eingangs schon erwähnt, bleibt der Angleich der normalen Version auf die Beta-Version leider noch aus. Vielmehr werden nach wie vor noch Änderungen durchgeführt, was ein bisschen darauf hindeutet, dass dies noch ein bisschen dauern kann. Denn solche Änderungen müssen ja zum Teil auch nochmal vernünftig getestet werden. Ich bin jedenfalls gespannt, wie es weitergeht. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Abo und ein Like da. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Bis dahin. Tschüssi. Tschüssi.